Chancengleichheit ist mir wichtig, weil ältere Migrantinnen und Migranten und ältere Schweizerinnen und Schweizer die gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie die Jungen haben sollen. Nur jeder fünfte Mensch, der über 50, der den Job verliert, findet wieder eine Anstellung. Dies trotz langer Erfahrung. Gesundheitliche Probleme, höhere Personalkosten, fehlende soziale Vernetzung oder veraltete Abschlüsse sind mögliche Gründe dafür. HEX unterstützt in seinen Projekten ältere Arbeitssuchende und fordert Unternehmen auf, auch diese Bewerbungen zu berücksichtigen.